Der Gedanke von einer papierlosen Schreinerei schwebt mir schon lange im Kopf. Darum sind seit längerer Zeit alle unsere Mitarbeiter und Lernenden mit iPads ausgerüstet. Dort finden sämtliche Unterlagen, Pläne, Detail, Rapportwesen darauf. Für mich ist es einfach ein Gedanke der Umwelt. Dort kann ich einen kleinen Beitrag dazu leisten und das bringt eine extreme Ordnung und ein System in die ganze Organisation und Planung. Seit 2013 arbeiten wir mit Vectorworks. Ich selber habe im CAD keine Erfahrung. Ich habe das Ganze auf Pergament, mit Dusch und dann mit Papier gelernt. Die Stärken sind einfach die 3D-Simulationen, wie man das so sagen darf. Einfach die Gestaltung und das Darstellen von diesen räumlichen Gegebenheiten. Das sind für mich faszinierende Sachen und die Kundschaft fährt da voll drauf ab. Ich hatte einmal eine Idee, dass wir eine eigene Badzimmermöbelkollektion auf Bein stellen. Das hat sich dann ein wenig verflüchtigt, bis unser Projektleiter das selber in die Hand genommen hat und das auf einem virtuellen Rundgang umgesetzt hat. Das ist einzigartig, vor allem jetzt heute in dieser Zeit von Corona. Jeder kann diesen Rundgang virtuell besuchen, kann sich das Möbel auspicken, das er will, die Farbe selber wählen und die Gegebenheiten anpassen, wie er will. Bis im Januar 2020 haben wir mit InterCAD in 2D gezeichnet. Dort konnte ich sehr viel Erfahrung sammeln. Das war dann auch einfacher, um auf das 3D umzustellen. Im Februar 2020 haben wir Vectorwob gekauft. Dort war ich innerhalb eines Monats so weit, dass ich problemlos Daten auf die CNC spitzen konnte. Mein Ziel war, wenn wir schon die Medien zur Verfügung haben, dass wir nicht jeden Plan ausdrücken und die Maschine eintöckeln können, sondern das Ganze nutzen, indem der Betrieb einen Schritt weiter bringen und effizienter machen. Wir haben keine Mitarbeiter, wir haben Mitdenker. Unsere Mitarbeiter und auch die Lernenden haben Freiraum. Der Parameter steckt mehr, aber sie können eigentlich den Weg gehen, wie es für sie stimmt. Und da vertrauen wir unseren Leuten. Ich bin aktuell in der Weiterbildung an der IBW im Chur zum Projektleiter. An diesem Lehrgang bekomme ich vor allem mit, alles was ich brauche, alle Voraussetzungen, um durchgängig zu produzieren und das im Zeitungsprogramm umzusetzen. Die Zusammenarbeit mit Computerworks und den CAD-Spezialisten ist für uns einzigartig. Die Unterstützung ist riesig, es ist einfach und sehr kompetent. Die Wirtschaftlichkeit mit Vectorworks Interior CAD liegt auf der Hand. Wir sind durch das 3D-Zeichnen viel, viel schneller. Es ist alles sehr speditiv, es ist genau und mit der Schnittstelle auf den CNC-Maschinen haben wir hier einfach enorme zeitliche Einsparnisse. Wir haben uns mit der Schnittstelle auf dem Weg gehen. Wir haben uns mit der Schnittstelle auf dem Weg gehen. Vielen Dank.